Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Lucky Wash mit dem Basti Zock. Und dem Stunter, let's play you. Oh warte, 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 wir müssen uns noch Rucksäcke geben. Ah stimmt, aber mach ich gleich, warte. Und heute spielen wir mit den Invisible Lucky Blocks, mit den Monkey Lucky Blocks, mit den Electro Lucky Blocks und mit den Preston Lucky Blocks und jeden jeweils 16 Stück. Ich muss mir eben noch schnell einen Rucksack geben. Und ich hab einen pinken Rucksack. Einfach ein Backpack, ne? Ja, ja, und ich fang an mit auspacken. Ohhhh. Ich würde dich auch mal gerne abpacken, Basti. Ja, ihr habt sowas von verloren, ja. Jetzt schon? Nein. Doch. Nicht sofort, so schnell hast du nix gutes. Alter, wer da hinten Lava gesponscht hat? Ich öffne das erste Mal die Monkey Lucky Blocks und hasse sie jetzt schon. Warte mal, die hab ich auch noch nie gespielt. Oh, ein Teleskop. Die sind ganz cool. Was? Ein Magma Cube, alles klar. Bei mir regnet es Illuminati Signs. Aus welchen Blocks? Aus den Invisible. Achso, okay. Nein. Oh. Alter. Was haben wir da? Oh, ich kann mir Shade, ich kann mir jetzt ein Shade-Material machen. Was? Ne, hä? Jetzt geht's nicht. Nice! Was hast du bekommen? Ein Virus Bow? Ein Virus? Ja, ja, ich hab auch ein Crafting Table. Oh mein Gott. Ja, nice, alter. Oh, ich hab ein bisschen zu machen. Aber die benutze ich erst später. Nach dem Auspacken. Ich hab Pluralucky Blocks bekommen, aber die werde ich nicht verwenden. Ne, die benutzen wir auch nicht, ja. Genau. Hä? Das wär ja unfair. Na ja. Ich glaub meine komplette Steuerung ist wieder umgekehrt. Leute, hier sind überall Blöcke in der Luft. Ja? Kommst du einfach in die Mitte? Ist doch gut. Was? I will delete your Crafting Table. Oh, das macht ja nichts. Okay, was ist das? Undefined Helmet, okay. Warum wird's jetzt dunkel? Ah, okay. Wird wieder Helm. Wow, was passiert jetzt? Lord. Shooting stuff. Yo. Okay. Hä? Das war grad voll seltsam. Ich hab das Ultraschwert, man. Ja? Ja, damit ficke ich dich. Oha. Okay, ich hab, also, ich hab gute Blöcke auf jeden Fall. Nein. Ich hab noch, na, ich hab ein paar gute Sachen, aber... Wow! Scheiße! Was passiert? Ja man, der Dragon is born! Aber ich hab ihn auch gleich getötet. Okay, gut. Okay, wir wissen schon, dass Bustin ein starkes Schwert hat. Oh, da hat er den Aschen, der hat den Dreck weggehauen. Das ist geil, ne? So, ich bekomm ganz viel Erfahrung. Oh, hier sind ganz viele Blöcke noch. Okay, wunderbar. Blöcke, möcke. So, jetzt die Prestons noch öffnen. Ich seh überhaupt nichts. Was ist grad bei mir passiert? Ganz viel TNT. Oh. Hä, was ist das? Ich möchte sterben. Danke. Survival. Okay, das ist nicht... Was irgendwas mit dem... Survival by Fall. Ja, ja, die legendären Affenschwerter oder sowas stand da. Ah, ja, ja. Stimmt. Craft Diamonds gibt... Was? Ah, Hilfe! Der Villager muss überleben. Der Villager muss überleben. Hä? Ich mach mal schnell lag 1. Kann ich? Es lag mega. Warte, ja. Von mir aus schon. Geht das? Von mir lags nicht. Geht das? Ja gut, dann lasse ich es mal. Ich brauch jemanden. Oh, das ist Creeperzeug. Aber das hier ist nicht gut, also wundert es euch nicht, warum ich es nicht eins habe. Das hier könnte gut sein. Nein, das ist nicht gut. So. Oh, ich hab The Root Sandstorm bekommen. Hm. Jo. Oh man, wieder eines der legendären Affenschwerter. So. Slash Kill. Ey, ich trottel. Oh, ohne Witz. Ich hab einen Rucksack und benutze ihn nicht. Was ist das? Ich auch nicht. Oh mein Gott. Muss gleich mal reingucken. Warte mal. Die behalten wir draußen. Das da, das da, das da. Das haben wir... Was? Bastetzeugs Fortune? Okay. Da hab ich auch was von bekommen. Hm. Huch. Oh. Okay. Elektroswords. Oh nein, mein Zeug ist umgedreht. Oh nein! Slash Kill. So. Ja, das hab ich grad auch. Alles verdreht. Dein Bein ist verdreht. Okay, ne gute Hose. Au! Geh weg da! Hast du weh getan? So, was ist da drin? Jawohl! Ah ne! Ist der Willi schon noch da? Wir haben ihn ja nicht weggemacht, ne? Oh mein Gott. Äh, ne. Ich hab ihn nicht weggemacht. Fuck off. Er ist irgendwie weg. Aber nicht wegen... Nicht wegen mir! Alter, warum hast du den weggemacht? Ich hab den nicht weggemacht! I'm sure about that, David. Äh, oh. Nein! Äh, piesel dich! Äh! Warte mal! Hä? Ich hab dich nicht mal gesehen! Was? Ist das denn? Hast du mich grad echt durch die Wand geschlagen? Ich weiß es nicht. Ich hab irgendein Babaschwert. Du kleiner Huxor. Jawohl. Warte mal, die hätt ich gern noch. Was ist das denn? Nein, Mann, oh. Ich hab kein gutes Schwert. Gib mir auch ein paar Blöcke. Ja! Heroic. Heroic. Legging. Warte mal. Wie viel gibt mir das? Drei. Das auch frei. Dann lassen wir die jetzt mal an. Den Duster an. Ähm. Platzieren. David. Lass mir auch noch ein paar Blöcke. Geh weg! Ich bin da aus der Mitte. What the fuck. Was hast du gehabt? Ich habe irgendeine Granate. So, zack. Ich bin da. Oh. Hä? Was? Tschüss, David. What the fuck war das? Ich hab keine Ahnung. Oh, okay. Du bist einfach bis zum Mund geflogen grade. Oh, ich kann fliegen. B, du kannst fliegen. Ja. Wer kann nicht fliegen? Ich hab Slowfall. Slash Kill. Ich dachte, ich falle das wieder schon. Nein. Hä? Launch! Ich hab Launch! Das ist irgendwie voll die Scheiße. Jetzt fliegst du übel hoch. Hä? Mit was hast du mich gehitzet? Äh, Launch Grenade. Oh, Slash Kill. Weil ich auch Slowfall hatte. Alter, guckt euch mal den. Oh mein Gott. Slash Leg 2. Also, Standa freut sich über eine Launch Grenade. Also, holen wir raus die. Launch Grenade. Yay. Oh ne. Oh, was? Was? Okay, die ist geile die Potion. Wtf? Okay. Ey, ich seh dich doch... Schade, dass ich nen Bogen nicht bekommen hab. Oh, Maaan. Diese Granate fuckt so ab. Naja, fuckt sie ab. God Slash Kill. Bin über der Bauhöhe, deswegen kaum nix mehr. Hä? Ich hab Pfeile, aber kann ich mit nen Bogen schießen? Was ist das für nen Bogen? Hä? Ein geplopter Bogen. Okay, ich kann doch nicht fliegen. Warum konntest du dann fliegen gerade? Keine Ahnung. Der war im Game-Mod. Wahrscheinlich, das glaub ich nämlich auch. Standaid ist nämlich ein Hacker. Kannst du fliegen, David? Ja! Alter! Was ist das für ein Bogen? Wtf war das jetzt? Dieser Bogen, was ist das? Ey. Was ist das für ein Schwert? Was bekommt ihr für Sachen? Hä? Hä? Lol. Standa! Du musst ja auch schon direkt auf mich drauf werfen. Du hast mich aber auch nicht... Ah! Guten Flug! Du? Alter! David, nein. Verschwinde. Ja, doch! Komm auf mein Level. Ich hab nen Monkey-Helmet, aber da ist einfach nur ne Schwarzpinkel. Jaaaa! Alter! Er hat nen Schwert, was einen launcht. Jaaaa! Aber du hast keinen Slowfall damit. Das ist geil. Weil... Weil... Jetzt kann ich... Nein! Oh, warte mal. Ich hab ne Idee. Wie ich da wieder runterkomme. Wie denn? Das verrate ich natürlich nicht. Ihr wisstet, was ich gerade weggeworfen habe. Ja! Alter! Es funktioniert! Was für ein geiler Move! Was? Nix? Ein geiler Move! Was habt ihr da gemacht? Ich hab nix gemacht. Eine geile Move! Du... Alter! Stunter, du... Trottel! Ich war doch gar... Ohne Witz, das versteh ich nie, wenn ich gerade in seiner Base bin. Warum tötest du mich? Mann! Mann! Stunter, ich find deine Wolle nicht. Ey, 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 ey. Guck, du hast dir gerade mega das Eigentor geschossen, Stunter. Das war einfach nicht nachgedacht, Mann. Basti, eine Wolle ist weg. Hä? Boah! Das war einfach nicht Gold! Das war... Alter! Stunter, für das, dass du dir gerade ein Eigentor geschossen hast, verschwinde! Und töte David! Alter, ich war so nah dran, Mann! Nah dran! Dran, na! Was ist das da? Stunter, ich weiß, was deine Wolle ist! Okay, dann beschreib mal! Bleib da, wo du bist! Dann geh ich mal zu ihm rüber. Äh, kann es sein, dass durch so'n Block dein, äh, dein Wolleneingang verdeckt wurde? Meiner? Ja! Ja! Sollte nicht! Okay! So, die Wolle von David ist weg! Wow! War gerade irgendwie mega das miese Teamworking, kann das sein? Ja! Ja! Oh, dieses Schwert, Alter! Okay! David ist raus! Warte mal, ich hab noch... Warte mal! Das... Oh! Warte mal! Ist die Wolle von Stunter weg? Und ich gucke... Nein, nein, nein! Ne! Der Eingang verdeckt war? Ne, die Wolle ist noch da, hab gerade gepuckt! Okay! Ach man, ich bin noch blöd! Müsste, ich kann nicht fliegen... Aber wo ist die denn? David, komm zu mir! Ah, ich hab's gesehen! Gott! Ich war sogar sehr nah dran, ne? Ja! Ich war sogar in der Nähe! Verdammt David, ich komm nicht mehr aus deinem scheiß Loch raus! Nicht? Nein! Wow! Boah! Oh man, was hast du gemacht? Wer hat da die TNT-Blöcke drüber gemacht? Wo? Bei mir? Keine Ahnung! Keine Ahnung! Keine Ahnung! Keine Ahnung! Der weiß glaube ich nicht wo ich bin! Von daher ist alles gut eigentlich! Mann! Ne! Keine Ahnung! Wo warst du das gestern bei dir? Hä? Hilfe! Mach mal nicht die Blöcke über dir kaputt! Warte mal! Hä? Was? Der hat Lava über die TNT-Blöcke geplatziert! Du Arsch! Ist zwar ungewollt aber! Warte mal! Du bist doch da irgendwo drin! Warte mal! Du bist doch da irgendwo drin! Ne! Vielleicht doch nicht! Ey wie tief geht das da runter? Ja übel tief! So standard eine Wolle ist weg! Das ist es! Da unten kann man raus! Oh man! Verdammt ey! Das dumme ist der hat halt nen kack Bogen! Den ich nicht überlebe! Ja! Genau damit hat er mich auch zerstört! Naja! Das wird jetzt Tricky Battle! LOL! LOL! Ist das knapp? Oh! Oh shit! Vor allem ich hab die Pfeile nicht gesehen! Der Bogen leckt ja richtig wenn der fliegt! In dem Pfeil! Das sind 10.000 Pfeile der der Bogen da schießt! Wow! Jetzt ist das jetzt zu weit weg! Jawoll! Das ist gut! Hä? Ah gut! Wie heißt der Bogen? Elektro! Ne Super-Elektro-Bogen! Okay! Oh die Elektro-Böcke sind schon nice! Ja ja! Die sind aber noch als Pre-Release! Oh fuck! Geh weg mit deinem Drecks Bogen man! Holy shit! Ich hab so wenig FPS wie in den ganzen Pfeilen da! Dann lass es halt einfach! Ich baue mich jetzt ein! Das Gute ist du kannst nicht fliegen! Jawoll der kommt nicht so hoch! Jawoll! 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 Ich muss mal irgendwas überlegen! Ja was machst du jetzt Basti? Jaja das überleg ich doch die ganze Zeit was ich mache! Meine Fresse! Das einzige was er machen kann ist sich hochstacken! Na? Ja aber ich glaub nicht so hoch! Ja aber meinen Weg irgendwie folgen oder so! Was hab ich für'n Speed-Effekt! Ah! Wie hoch ich dich einfach gelauncht hab grad eben! Das war schon heftig ne! Ja! 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 Hab die dich getroffen! Verdammt! Nein 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 Nein! Wow! Das war knapp! Alter er launcht sich selbst so! Wie hast du das jetzt gemacht? Gut such Chandra! Ich hab unterbestem ne Granate geworfen! Tötest du dich oder so? Wow! Hast du nochmal so eine? Wart mal ich muss dich mal ganz kurz töten! Was heißt, warte mal. Ich warte nicht, das ist dir bewusst. Hä? Ey. Ah, wo warst du? Ich hab die nicht gesehen. Ich hab mich grad nach oben gelauncht. Als du runtergefallen bist, hat er sich nach oben gelauncht. Lol. Auf jeden Fall fettes GG. War mal wieder eine sehr, 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 sehr spannende Runde. Lucky Rush, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Schaut bei David vorbei, schaut bei Stunner vorbei. Macht's gut, bis dann und tschüss. Tschüss. Tschüss.